Wenn ich nicht die Maske trage, ich werde es nicht tun. Es ist eine Beleidigung meiner Intelligenz. Das ist eine Beleidigung meiner Intelligenz. Dankeschön. Ich hatte gehofft, dass wir hier in dieser Mannschaft... Okay, Leute, ich habe hier ein Bub in der Hand. Das heißt, fremdbestimmt. 120 Jahre Täuschung und Lügen von Thorsen Schulte. Ich höre schon, das kennen auch andere Leute. Bitte lest das. Okay? Bitte lest das. Es ist einfach der Wahnsinn, dass der absolute Horror, in welche Situation man uns hier reingebracht hat, das geht schon Jahrzehnte. Das ist nicht erst seit 2019. Das ist nicht erst seit 2010. Das ist seit 120 Jahren der Fall. Und ich möchte, oder ich schreibe jedem mein Herz, sich mit der Geschichte...